Willkommen zurück zum wunderschönen Ori and the Blind Forest. Im letzten Part sind wir mitten im Ginsobaum stehen geblieben und ihr seht schon wir haben ungefähr schon ein Drittel hinter uns aber auf uns wartet noch viel viel mehr mit diesen Teleportern vor allem. Es war im letzten Part schon echt schwer. Ach du Scheiße. Wir fallen ins Unendliche. Gehen wir hier lang oder? Okay das ist falsch. Wo bin ich denn? Ah da unten. Ja ich sollte jetzt erstmal die Schlüsselfragmente da holen. Die Frage ist wie? Oh fast. Oh das ist voll schwer. Jetzt habe ich es. Aber ich wurde getroffen. Das dachte ich mir. Was? Das ist voll asozial. Ja come on. Wir müssen da hinkommen. Nein. Ein Millimeter. Das war gut. Okay. Okay. Schnell speichern. So jetzt kann ich nach oben. Wo bin ich? Achso jetzt bin ich hier. Ups. Okay wir haben es geschafft. Huh. Ähm vier brauche ich. Okay da befinden sich die letzten zwei hier. Genau hier ist eins und hier ist eins. Alles klar. So. Dann erstmal hier hier hier. Ja ich weiß ja gar nicht wo ich rauskomme. Ach du Scheiße. Oh Gott wir haben nur noch. Ich glaube wenn wir wieder getroffen werden dann war es das. Ah. Ich muss auch erst mal gucken wo ich hier rauskomme. Okay wir haben es geschafft. Ganz vorsichtig. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sesam öffne dich. Aber vorher speichern wir nochmal. Weil ich weiß nicht was auf mich zukommt jetzt hier. Gucken auf die Karte. Okay. Oh genau. Hier lernen wir eine neue Fähigkeit. Ich erinnere mich. Ja stimmt. Tief aus dem Innern dieses Stammbaums höre ich Schreie des Entsetzens. Rehm war agil. Er sprintete durch die Luft. Höre auf seine Stimme. Denn er verbreitete die Weisheit. Wir lernen einen richtig coolen Move. Ich erinnere mich. Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen musst du die rechte Maustaste bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten. Und dann in die Richtung zielen in der du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Genau. Und damit ist das hier gemeint. Ähm. Ist hier hinten was? Nur mal so? Ne. Wie ging jetzt das nochmal? Genau. Jetzt kommen wir an einiges mehr ran. Wir haben ein neues Level aber wir können eh nichts upgraden. Wir brauchen eh erst glaube ich zwei Fähigkeitspunkte um wieder was upgraden zu können. Da oben steht schon wieder so ein Assi. Genau. Man bekommt jetzt... Ist hier unten was? Ne. Shit. Genau. Mit Hilfe des Gegners kommen wir da hoch. So. Genau. Und hier ist es dasselbe. Richtig cool ist das gemacht finde ich. Einmal zwischenspeichern. Es war nicht so... Boah. Es war knapp. Komme ich hier rein. Ja genau. Jetzt kann ich das umlenken. Dass es nach unten geht. Genau. So. Und dann einmal nach oben. So. Und dann muss ich noch nach oben. Eieieieie. Das war nicht so toll. Wie mache ich das am besten? Ups Oh fuck Genau so Und dann hier nochmal schnell Okay, hat gepasst Das Geiste einfach da ranzukommen Jetzt nochmal hier dasselbe Spielchen Einmal Ah ne, das passt schon Ducken Okay Gut Achtung Okay Ist einer meiner Lieblingsfähigkeiten hier in dem Game Das Stoßen Wie es genannt wird Oh, wie komme ich denn hier ran? Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen Ah ja, ich dachte mir gerade Wie komme ich da hoch? Jetzt weiß ich es Na? Zack So Genau Hier komme ich rein Das ist optional, glaube ich Oh shit Muss ich das da aufmachen? Mit dem ist ein Geschoss Oder ballert der von hier aus? Ne, oder? Ne Ich muss das so machen Ah, das ist schwer Das ist schwer Fast, fast, fast Ein bisschen noch Jetzt hat es gepasst Okay Geist so einfach da rein zu kommen Wie gesagt Nice Die nächste Energiezelle Ist wichtig Weil ich glaube wir kommen in den Ginzo Baum nicht mehr rein Wenn wir da einmal draußen sind Aber ich bin mir nicht sicher So Einmal Und zwei Oder ist da was? Moment, Moment, Moment Ne, da ist nichts Okay So Ihr seht schon Jetzt wird es schon schwieriger Okay Da oben Komm ich da nicht hin? Doch Muss gehen Ne, es geht nicht Nur von da oben, denke ich Doch Ich komme doch hin Ja Übertreib doch jetzt Oh Ich brauche den Schlüssel noch Zack Okay Okay Ich schlag mich echt gut Nice Wir haben alles Das war gut Ich muss mich mal selbst loben hier Zack Das ist echt gar nicht so einfach gewesen hier So Wie viel haben wir denn schon geschafft? 68% Oh Hier wartet wieder ein Boss auf mich, ne? Da oben sieht es Extrem verdächtig aus Scheiße Ah Ich musste mit seinen eigenen Geschützen killen Habe ich recht? Ja, 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 ja Je, je Alter Ich werde den niemals schaffen Ich bin jetzt schon gleich down Nein Ein Draw Ich habe ihn gekillt und er mich Das ist total schwer Zack Jetzt hier rüber Jetzt kriegen wir das hin Jetzt ist er down Okay Ähm Hier komme ich nicht hoch, ne? Doch, komme ich schon mit einem Wandsprung Was soll ich denn zuerst hin? Zuerst hier lang? Ja, zuerst hier lang Okay So Wie gesagt, was upgraden können wir noch nicht Weil dazu brauchen wir zwei Level Dann Geht's hier weiter Ich wollte vorher eben kurz gucken Ob hier drinnen was ist Ne, sieht nicht so aus Ich glaube ich Ne, da komme ich gar nicht hoch Okay Dann müssen wir hier hoch Was ist das? Das Herz des Ginso-Baums Bewahrt das Element des Wassers Einst sicher auf Doch nun ist es verdorben Gänzlich verfault und verwest Wir müssen ihm helfen Es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen Indem wir den Verfall rückgängig machen Und zwar auf beiden Seiten Alles klar Das heißt einmal links, einmal rechts Gehen wir zuerst mal nach links Würde ich sagen Oh, dieser Dreckspinnviech Ja, wie soll ich denn da rankommen? Jeje Okay, das ist gar nicht so schwer Wie es aussieht Lass mich mal da hoch Ja Kill diesen Assi Oh Gott So Okay So Dann stirbst du mal eben Du auch Der verletzt mich immer Weil es hier so verdammt eng ist Aber okay Wir haben noch alle Leben Oh shit Bekomme ich hier rein Die Kamera geht immer weit Ach, da muss ich sogar rein Mithilfe von dir, ne Oder? Erstmal will ich da hoch An die Erfahrung So Und jetzt hat Machen wir das auf Passt es, passt es, passt es, passt es Sieht gut aus Yes Sehr schön Dann kill ich dich mal eben Aber da gibt es nichts mehr, ne? Ne Da gibt es nichts mehr Okay So, dann hätten wir die linke Seite schon mal erledigt Okay Ich halte da auch mehr oder weniger eine Abkürzung frei Einmal jetzt speichern Und dann geht es jetzt nach rechts Ähm Verdammt Ich wollte jetzt Wow Achso, ich kann da gar nicht stehen Wow, 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 wow Wo muss ich denn da hin überhaupt? Ich gehe erstmal hier hoch und kill den Der mich natürlich trifft Ähm Wo zum Henker muss ich hin? Ähm Komm, stirb Okay Ist da oben was? Nein Ah, shit Wie komme ich denn da hoch? Oh, diese Viecher sind so fies, Mann Oh, Gott Da oben muss ich raus Oh, Gott Mit dem da ganz unten? Holy, shit Ich dachte es mir schon Irgendeinem Teleport an Oh, Gott Okay Los geht's Es wird jetzt bestimmt ein bisschen dauern Wo geht denn das jetzt hin? Okay, okay Dann hier rein Nein Come on Ein Millimeter Oh, das war knapp Okay Das passt, oder? Nein Ich wollte doch nicht Nein Ich wollte nicht Ich wollte das hier Ja, toll Das ist der Gegner Wieder respawn Ja, ich sag ja Das ist nicht einfach Oh, stirb Du blöder Assi, Mann Zack Scheiße Hey, ey, 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 ey Zack Ey, das bewegt sich immer von alleine weiter nach rechts Das hat sogar funktioniert Nein Ey, 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 ey Das ist echt nicht leicht, Leute Oder ich stelle mich hier einfach nur extrem blöd an gerade Aber das ist echt nicht einfach Der erste Versuch war wie immer am besten Ihr kennt es ja von mir Das sieht so einfach aus hier, aber das Oh, das bewegt sich so Ja, jetzt sieht es gut aus Jetzt sieht es gut aus Aber wieso ist der Gegner respawn? Befall dich Ja, das sieht gut aus Das sieht gut aus Ja, das sieht sehr gut aus Nein Boah, ich dachte, ich falle jetzt hier nach unten Shit Nein 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 Das ist total schwer Die Steuerung ist so schwammig Wenn du die Dinger weiterleitest Es bewegt sich total Es ist total sensibel Es bewegt sich total nach rechts die ganze Zeit Du musst extrem gegenlenken Und außerdem wurde es extrem schwer Weil die Gegner alle respawn sind Hier geht es Aber hier Da unten und hier Ist es echt schwer So, komm jetzt Der sieht gut aus Ja, das passt Boah, du musst extrem gegenlenken Boah, das war echt Zehnmal schwerer als der Als der linke Raum So Schafft Was jetzt? Drücke die linke Maustaste Um sein Zuzuhören Jetzt können wir das Element Des Wassers wieder herstellen Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben Liegen noch zwei weitere vor uns Okay, dann haben wir es geschafft Oh What the fuck? Ach stimmt Die gehen ja jetzt hier richtig ab Ja, ich erinnere mich an das Das ist richtig schwer Oh Gott Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich Ja, ich erinnere mich da dran Scheiße, beweg dich Da ist Erfahrung Die will ich mitnehmen Ja Ja, ich erinnere mich Das ist so sauschwer gewesen Aber die Musik ist so geil Ich will dir auf jeden Fall Die Erfahrung mitnehmen Ich will dir alles mitnehmen Achso, das war noch gar nicht hier Shit Ich dachte, das wäre schon hier gewesen Boah, wieso ging das jetzt nicht? Ey, das geht doch gar nicht so schnell Oder lebe ich noch? Ich lebe noch Ich lebe noch Mach, 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 mach Geh da hoch Geh da hoch, geh da hoch Hoch, 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 Ori Erfahrung, gut Beweg dich Wir haben keine Zeit mehr Geh hoch Ja, was wollen die jetzt? Ja, klar Ja, übertreibt richtig Schnell, geh hoch, geh hoch, geh hoch Oh Gott, ey Erfahrung Aber ich geh ab, ich geh ab Ist nicht schlecht, was ich da veranstalte Sieh mir jetzt hier bald mal oben Oder was? Schieß Nein Nein Ich hätte es fast geschafft Sind die wahnsinnig jetzt wieder alles? Ja, genau Oh, wie gut war das, Leute Scheiße Boah, ist das schwer Ja, ich hatte das nicht so schwer in Erinnerung Ehrlich gesagt Das ist am schwersten hier Das mitzunehmen Wie soll man das denn mitnehmen? Das geht kaum Zeitlich her Ich will das aber alles mitnehmen Ich hab gesagt, wir spinnen zu 100% Das zählt vielleicht nicht dazu Aber trotzdem Oh, das wäre gerade der Run gewesen Scheißdreck Ja, das war das verkackt Shit Also wer das im ersten Versuch schafft Der ist krank Der sollte einen Arzt aufsuchen Falls es da echt einen kranken gibt Der wurde das im First Trial geschafft hat Komm, lass mich diese Erfahrung grabben Und lass mich Lass mich weg Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, ihr Man kommt da niemals durch Ohne einen Treffer zu nehmen Das geht nicht Das ist unmöglich zu schaffen Dich, Uri Gut Erfahrung Komm, komm Okay, okay, okay Zack Hier hoch Jetzt Ja, jetzt hat's gerade geht Nein Nein, 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 nein Okay Ich lebe noch Ich lebe noch Oh Gott Boah Was jetzt? Was jetzt? Da hoch Jetzt bin ich gleich wieder da Oh, so hätte ich das machen müssen Okay, gut Beendet es Bitte beendet es Yes Ich hab's geschafft Oh mein Gott Wir waren vorher gerade fast am Ziel Shit, man Krass 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 Das ist immer so episch, man Oh fuck Nein Nein Was jetzt? Was soll ich tun? Oh, er hat uns gerettet jetzt, oder wie? Gumu heißt er, ne? Uri Ich fürchte schon, dass an Kuros Fänge des Hasses verloren Ach so, dich an Kuros Fänge des Hasses verloren zu haben Aber Gumu hat dich gerettet Und uns von einer bestimmten Schicksal bewahrt Genau, und jetzt seht ihr Jetzt ist das Wasser wieder klar Doch sieh her Der Ginzebaum ist wieder hergestellt Und Nibels Wasser ist wieder klar Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren Wir müssen uns spurten Das Element des Windes ist als nächstes dran Es ruht tief in den Elendsruinen Im Nebelforst gibt es einen Schlüssel Der die Tore dorthin öffnet Okay Ganz auf der anderen Seite Das ist unser nächstes Ziel Alles klar Yay Erstmal eine kleine Abkühlung So Wo sind wir denn jetzt? Dornensumpf Alles klar Hier kommen wir noch nicht hoch Und hier anscheinend auch nicht Da brauche ich irgendein Geschoss Das ich da reinballern kann So Piranhas Ist hier was? Ne Ist hier was? Ja Kann ich den nicht? Doch Boah Mann Oh Ein Kartenfragment Kommst du? Kann ich dich? Nicht so schnell Nicht so schnell Mein Freund Ne ich kann ihn nicht da nach hinten pushen Ne es geht nicht Okay Dann hau ich ab Tschüss Oh wie schön Habt ihr den Regenbogen gerade gesehen? Da Boah wie cool ist das gemacht Seht ihr den? Ganz leichten Regenbogen Boah ist das schön gemacht Und das Wasser auch Bam Aber die kann ich killen Okay Oh stimmt Wir haben ja auch eine Luftanzeige Sehe ich gerade Schnell wieder auftauchen Da unten dürfte was sein Nicht? Ist hier nichts? Echt nicht? Okay Was ist da unten? Achtung Beeil dich Ich muss schnell auftauchen Boah War jetzt knapp Hu So Weiter 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 Schwimmen 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 Und auftauchen So Ich hoffe wir sind hier richtig Okay Da ist der nächste Schlüssel Beziehungsweise das nächste Schlüsselfragment Stirb So Da kommen wir ja noch nicht hin Moment Wo ist denn das? Oder kommt man da hier durch? Moment mal Sieht sehr verdächtig aus Ne Wie soll ich da hinten? Da komme ich nicht durch Glaube ich Ich glaube ich bin jetzt hier ein bisschen zu spät Oh War das knapp schon wieder Oh oh Beeil dich Die Luft geht mir aus Schnell 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 Das wird knapp 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 Oh okay Wir haben nur einen Schaden genommen So Dann wieder zurück Ne Das reicht nicht Das passt nicht Vom Timing her Es war einmal kurz warten Beeil dich Beeil dich Beeil dich Es wird eng jetzt bis ganz nach oben Komm Komme ich hier durch? Tatsächlich Hier komme ich durch Okay aber ich habe keine Zeit mehr Shit 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 Nein Wir sterben Fuck Okay Jetzt weiß ich zumindest Dass ich hier durchkomme Ja Wir sollten hier nochmal auftauchen Das war mein Fehler So Jetzt Beeil dich Beeil dich Beeil dich Die Frage ist Konnte ich hier auch auftauchen? Ja klar Was ist das denn? Sind wir jetzt hier bei Donkey Kong Oder was? Mit diesen Boah Okay wir haben es geschafft Wer wüscht denn dieses Dornen Level? Erinnert mich total daran Scheiße Ich habe nicht aufgepasst Dass wir nur noch so wenig Leben haben Ey verdammt nochmal Das ist total schwer Ich hätte speichern sollen Ich Idiot Nein Jetzt bin ich da hängen geblieben Jetzt wird es wieder eng So Hier durchzukommen ist schon echt nicht einfach Ich meine Wenn ich Zeit hätte Dann wäre es easy Aber ich habe keine Boah Ein Leben Das heißt hier aber Zwischenspeicher Nützt hier langsam durch So Nein Ich muss mich ja beeilen Oh ist das schwer mit einem Leben Okay Beeilung 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 Hoch 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 Das dürfte passen Da waren wir auch noch nicht Beeil dich Das Oh Gott Hau bloß ab Du Drecksvieh Lass mich in Ruhe Schnell Gut Leute Ich würde sagen Hier geht es dann im nächsten Part weiter Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao Leute Ich bedanke mich für dich Ich bedanke mich für dich Ich bedanke mich für dich